Yo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry 5 Arcade Ja wir spielen jetzt hier die Map Silent Hill One Road So, dann legen wir mal los, wir folgen hier mit dem Auto mal die Straße Getötete Gegner 0 von 49 Okay, was haben wir denn hier an der Brücke? Also das muss ich ja auch schon mal hier so direkt wieder am Anfang sagen Die Map ist eigentlich ganz nett gemacht, die ist Detail, sagen wir es mal so Detailreich, sagen wir es mal so Und ich kann nicht Auto fahren, wie immer Silent Hill Ich muss auch sagen, ich mochte damals das Originalspiel Silent Hill War ein sehr cooles Spiel Es gab ja auch, ich glaube, zwei Filme von Silent Hill Soweit ich weiß, kann sein, da irre ich mich gerade Aber gab es soweit ich weiß Ich muss ja auch sagen, ich hoffe irgendwann gibt es vielleicht nochmal einen neuen Silent Hill Teil Hier ist ein Revolver Gut, dann betreten wir mal die Stadt Mal sehen, wo die ersten Gegner hier sein werden Können wir hier vielleicht durch? Nein Ist zu Hallo? Ist hier noch jemand? Irgendjemand? Falls ja Melden Sie sich bitte Please Oh Nettes Sägeblatt Kann ich meinen Kopf da unten drunter legen? Nein, ich glaube, das würde mir wehtun Kann ich hier durch? Nein Okay Wo? Was machte da ein Elch? Hallo? Ah Fahrt zur Hölle Sorry, Kleiner Wir hätten Freunde sein können Da Oh Okay Wo geht es denn hier ran? Hallo? Wer ist da hinten? Ja Sehr viele Gegner sind da hinten Wir nehmen C4, oder? Ja C4 lieber Hallo Boom Gut Das hätten wir Das war es hier für die Hier geht es hoch mit einem Kletterhaken Okay Wir gehen mal vorsichtig weiter Was sind wir denn jetzt hier gelandet? Von hier kommen wir, oder? Wir schauen mal lieber Okay Ja, von hier kommen wir Weil ich möchte mir nämlich auch alles hier anschauen Okay Wir haben Dynamit Sehr gut Das könnten wir gebrauchen Falls wieder viele auf einem Haufen sind Okay, es sind Schlangen Ich probiere die zu schlagen Weil wenn wir schießen Könnte es sein Kriegen Andere hier mit Dass wir hier sind Blödes Vieh Das hat weh getan Hey, ich will hier rein Okay Das geht schon mal nicht so Oh, lass mich doch in Ruhe Zum Glück ist das Vieh nicht giftig Blödes Vieh Bleib stehen Niemand verletzt mich einfach so Okay Das geht doch Geh Niemand will was mit mir zu tun haben Hier ist Munition Hey, den kennen wir doch Oder? Nein Ich würde sagen Ich würde sagen Ist das der Priester Hier gibt es Munition Hier drin sind auf jeden Fall Wäsche Okay, hier hinten kommen wir nicht hoch Gut Gut Wir müssen hier rein So Wo? Was geht denn hier mit denen ab? Ich merke schon Hier sind schon wieder ein paar Leute Die am Schreien sind In echt ist es auch immer so Da begegne ich auch immer die Leute Die schreien Wie Wahnsinn Ähm, hallo Dynamit, komm Gut Das hat schon mal gut aufgeräumt Jetzt kommen welche Oh, oh Nicht nur ein paar auf jeden Fall Ich denke mal Durch die Schüsse werden bestimmt noch mehr kommen Wo? Jetzt geht's los Oh, oh Hilfe Weg hier Ein wenig zumindest Kommt schon Revolver Halt Nein Nicht das Teil Okay Dann nehme ich halt das Teil Weg mit euch Okay Ich glaube Das bringt nicht so viel Zumindest wenn die alle auf einen Haufen zu uns kommen So Revolver Revolver der Vergeltung So Okay Das waren glaube ich alle Nein Ich höre noch viel mehr Okay Wir brauchen kurz neue Munition glaube ich Nicht dass wir jetzt hier ohne Munition weitergehen Das wäre glaube ich nicht so angebracht Hier draußen gab es ja nochmal Munition So Komm gib her Sehr gut Wir sind zwar jetzt noch nicht komplett wieder voll Aber das muss reichen Muss es einfach So die Schaufel hier nehmen wir noch mit Wer sieht mich denn hier Hallo 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 Hinten muss das irgendwo sein Okay hier geht's nach unten Wir gehen mal nach ganz oben hier in dem Haus Vielleicht gibt's hier noch was Gibt's hier vielleicht noch ein bisschen Munition 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 For me Irgendwie nicht Irgendwie ganz und gar nicht Boah hier sieht fast alles gleich aus Hilfe Ist das Munition Nein Mist War ja wieder klar War ja wieder klar Okay Wo müssen wir denn dann jetzt hier weiter Hier geht es nirgendwo weiter Hier auch nicht Ich glaube erst gesagt irgendwo hier oben vielleicht oder Weil da hinten hat uns ja jemand gerade fast gesehen Dort Kommen wir dort irgendwo durch So So Rüber hier Ja Dorsch komme ich hier auf jeden Fall nicht So viel kann ich schon mal Sagen Dann müssen wir mal hier unten schauen Okay ich glaube hier oder Sackgasse Sackgasse Mein Freund Hilfe wo sind wir denn hier gelandet Ja wir sind hier gelandet In Silent Hill Aber die Leute hier können einem schon leid tun Ich muss das hier festhalten Für die Außenwelt mit meiner Kamera Falls ich es nicht schaffe Sind hier Beweise drauf Wie ich drauf gegangen bin Gibt es hier hinten noch Munition vielleicht Jawohl Sehr schön Da haben wir direkt noch ein bisschen was dazu bekommen Sehr gut So gefällt mir das So gefällt mir das So nicht anders So Ich nehme mich mal mit kleiner Mann Als kleines Andenken werde ich dich verbrennen Geht das eigentlich? Kann ich so einen Kerlchen hier verbrennen? So Wenn ich das hier drauf lege Brennt der? Äh nein Schade Wäre irgendwie cool gewesen Wäre schon irgendwie cool gewesen Wenn ich die alle dort zu einäschern hätte können Okay Irgendwo hier bei dem Haus gibt es auf jeden Fall einen Ausgang Bei dem Haus hier So hier muss es irgendwo etwas geben wo wir rauskommen Ich muss ja sagen Wenn man das so zuerst sieht Dann würde man eigentlich sagen Vollkreis diesen Lichtdingern Ich weiß gerade nicht Wie man die richtig nennt Leuchtsignale Ja So hier sind die Dinger Die guten Leuchtsignale Da oben wäre ein offenes Fenster Aber Da kann man nicht hin Okay Hier geht es raus So Runter hier Na super Was ist das hier für ein Weg? Ich glaube hier gibt es kein zurück mehr Okay Ich bin bereit Na los Oh oh Jetzt kommen viele Na los Komm dran an die Bulette Haben wir Granaten? Ja eine Okay Okay Bitteschön Fresst die Granate Babys Ihr habt keine Chance Hallo Bleib liegen So Wir haben wenigstens Munition jetzt auch wieder Und sogar eine AK Damit Können wir auf jeden Fall hier arbeiten So Hey Bleib liegen Wenn du dich schon hinlegst Bleib liegen So Hey Baby Was willst du denn? Hallo Alles ist gut Alles ist gut Verstanden? Alles ist gut Warum kommt denn wieder Welcher hinter mir? Von wo kommt ihr? Ach von da? Von wo wir kommen? Okay Hey Weg mit dir Und du bleibst liegen So Nachladen Die Pistole Das sind die letzten Schüsse Hier in der Pistole Gut Dann nehmen wir unser Sturmgewehr Hier oben ist eine Kirsche Na super Das sind glaube ich jetzt die letzten hier So Kommt schon Gibt es hier hinten noch was? Bei der Kirsche Ja hier gibt es nochmal Munition So Wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen Okay Die letzten sind dann wohl in der Kirsche drin Gut Dann wollen wir mal Oh Hallo Wer bist du denn? Na Ich erlöse dich So Hallo Alles wird gut Hallo meine Lieben Das war's für euch Wahnsinn Sehr schön Schreibt mir zu dieser Map Wieder gerne eure Meinung In die Kommentare Wie euch so die gefallen hat Man muss halt betrachten Das sind Keine Maps von Entwicklern Oder so Von Von der Community Halt Also ich muss sagen Ich fand es super Und falls euch das Video gefallen hat Sehr gerne wie immer eine Bewertung da lassen Mich weiter empfehlen Das war's Haut rein Und Tschüss Das war's Ich bin Ich bin Vielen Dank.